Das ist auch mal schön. Liebe Grüße, Frank. Du meinst Frank. Liebe Grüße, Frank. Aber weniger reden ist langweilig. Lass mehr reden. Geht ja grad nix, ne? Ne, irgendwie nicht. Lauf und durch die Gegend. Als wäre würde man jetzt nicht... Ich hab ein Sniper-Magazin gefunden. ...dass überall Zombies lauern. Oh, oh, Tobi, das ist übel. Ganz ehrlich, das würde ich ganz, ganz, ganz ehrlich gerne in die... Global Inventar. ...ins globale Inventar bringen, weil die Sniper, die ich da noch hab, ist... Dann lass uns doch beim Global Inventar treffen, weil das sowieso ein bisschen näher. Da muss ich ja wieder zurücklaufen, weißt du, wie langweilig das ist? Das tue ich nicht. Nicht in der Aufnahme. Lock dich aus. Ne, ich finde, das wäre voll der schöne Spaziergang, wenn man nicht wüsste, dass die ganzen Zombies da sind. Du weißt schon, wenn du gegrütet wirst und jemand dein Sniper-Magazin findet, ja. Dann stört es mich auch nicht. Der witzig, das ist wie Weihnachten für ihn, das weißt du, ja. Wie Weihnachten und Ostern. Vorausgesetzt, er hat ein Sniper. Schluss, Geburtstag. Ja, okay, aber ich meine, wir hatten doch alle mal das Sniper. Ich nicht. Zombie auf der Straße. Zombie auf der Straße. Ist nicht länger ein Zombie. Es ist Spider-Man. Mach Spider-Man nicht, mies. Ne, mach ich nicht. Sorry, Mann. Kennst du Zombie Marvel? Marvel Zombies? Da gibt es einen Zombie-Spider-Man. Er trägt immer sein Bein in der Hand. Warum macht er sein Bein? Weil er abgefallen ist. Warum hast du gesagt, nämlich, weil er es kann, hallo? Er ist ein Zombie. Sein Bein ist halt irgendwie im Kampf, keine Ahnung wie, abgegangen. Deswegen trägt er das. Also sein Bein ist abgegangen, der kann man nachdenken. Aber wieso nimmt er es überhaupt mit? Ich meine, wenn er es rumträgt, ist es doch nur Last. Dann kann er es doch eh nicht mehr benutzen. Weißt du nicht, vielleicht kann er das irgendwann. Irgendwann hat er wieder Transchrauben. Wenn er Zeit hat, macht er zwei Nägel so rein. Oder er hat doch sein Netz. Damit kann er das doch festkleben, eigentlich. Ja, festkleben. Ich weiß nicht, ob das ein Zombie-Netz ist und deswegen sehr rissig. Ich habe keine Ahnung. Denn es gibt auch Zombie-Captain-America und Zombie aller anderen Marvel-Charaktere. Sehr lustig. Was ich ein bisschen schade in diesem Spiel finde, ist, dass man nicht boxen kann. Einfach einen Zombie mit den Fäusten kaputt boxen. Generell, dass es nicht voll coolen Zombie-Töde-Moves gibt. Ja, irgendwie so Kopf abreißen oder so. Komm, lässt ja wenigstens ein Hammer drin sein. Bitte. Du, dass der da rumläuft? Superior Junction? Nein. Dann ist es ein Zombie. Klar, dann sollte es auch ein anderer Spieler sein. Der ist jetzt stehen geblieben auf der Straße und ist gerade eben, bevor wir stehen bleiben, so schlürfend gelaufen. Ja, wenigstens ein Medium Backpack, das ist schon mal gar nicht schlecht. Das ist schon mal. Pain-Killer-S... Fair-Killers... Net... Oh, mich schreibt jemand an. Hm? Hallo Friendly schreibt mich hier jemand an. Schreib lieber mal Friendly drück, besser als ich das mal. Ich hab Schuhe geschrieben, denn ich bin Friendly. Super. Das kommt selbst Hobie schwer über die Lippen. Ich mein doch ehrlich, wenn ich die ganze Zeit nur durch die Gegendleistung irgendwie nichts mache, dann ist das doch auch irgendwie ein bisschen langweiliger. Also ich mein, man muss ja auch schon ein bisschen Action hier mit anderen Spielern. Wenn alle freundlich und zuvorkommend wären, wäre es ja auch herzend. Da hinten, ich hab ihn grad gesehen, der steht hinterm. Wo bist du denn jetzt? Also ich bin jetzt in Youngstown. Whitestone, Whitestone Mountain. Achso. Trade for what? Trade it? Vielleicht will er auch nur damit wissen, ob ich irgendwas habe, was es sich zu stehlen... lohnt? Vielleicht braucht er ja ein Fernglas. Warum malen immer diese Zombie-Bereiche? Ja. Mein erstes Bier ist gleich alle. Das ist aber schön. Wir haben ja direkt zwei geholt. Was denn? Er hat mich erschossen. Was habt ihr denn geschrieben? Also, das ist scheiße. Wir sind schon gar nicht mehr schockiert, wenn jemand stirbt. Jetzt muss ich ihn erstmal damit konfrontieren. Warum hat er dich erschossen? Nein, nicht für die Ferngläser oder den Backpack. Ganz ehrlich? Arschloch. Mach das doch auch! Deswegen traue ich nicht mehr Leuten, die Friendly schreiben. Er ist genau so ein Arschloch wie du. Er hat dich doch nur gefragt, ob du Friendly bist. Hat er gesagt, dass er Friendly ist? Nö, hat er nicht. Naja, bis gleich. Johoho, und wieder da. Und diesmal... Bobby ist gestorben. Bewaffnet. Und ganz im Norden gespawnt. Wollt ihr mich verarschen? Ach komm. Ach komm. Ach komm. Machst jetzt einen auf Terminator ganz rum und bringst alle um die du siehst, so bei uns bist. Ich hab die Schnauze voll davon immer als erstes sofort tot zu sein. Da geht's aber nicht so, als ist es wirklich. Doch. Ich hab die Schnauze voll. Doch. Ich will das nicht mehr. Sollte jetzt was? Was bedeutet das jetzt für uns? Alle Abschiede, oder? Ich hab die Schnauze bewaffnet durch die Gegend laufe. Und jeder der irgendwie von wegen Friendly oder sowas schreibt, gleich ne Kugel zwischen die Augen kriegt. Vielleicht zwischen die Augen. Ganz schön radikal. Ja klar. Ah, das haust es auch auf. Tobi ist böse. Ich geh nochmal zum Helikopter, der hier ist. Oh, hier ist ja ein Superman. Der hier irgendwo sein sollte. Oh, hier ist eine Flair. Wow, eine Flair! Mandy! Ja! Was kannst du mit einer Flair alles anfangen? Licht! Ich mach jetzt Licht im Haus. Ah, ist voll. Ich kann kein Licht im Haus machen. Ach, schade. Aber auch. Jetzt hab ich sie wieder aufnehmen können, weil ich gegessen hab. Oh, hier ist... Oh! Hier ist so viel! Hier ist eine Kanne auf Soda. Wow, eine Kanne auf Soda. Die ganze Kanne gleich. Aber ich glaub, ich muss die Flair jetzt sonst... Unbelievable shit. Ich find das schön. Ich bin am Spielen, ihr unterhaltet euch. Ich kommentier zwar überhaupt nicht, was ich hier mache, aber dafür unterhaltet ihr euch schön. Jetzt hab ich mal Wasser getrunken, weil ich die falsche Taste gedrückt hab. Oh nein! Das Wasser! Ich hab jetzt... Ich hab jetzt die... Die Flair, die werf ich jetzt ins Haus. Wow! Soll hier nicht irgendwo der Helikopter sein? Wow! Der versteckt sich irgendwie immer. Ich hab immer das Gefühl, er spawnt irgendwo neu. So irgendwie ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts. Ganz schön verwegen. Ganz ehrlich? Irgendwo sollte hier der Helikopter sein? Der leuchtet rot, ja? Nur zur Info. Oh! Pass auf, da sind bestimmt Menschen, die dich um... Wieder der Erste der Stück. Bei wieder! Bei wieder! Was hast du mitgenommen aus deinem Inventar? Wie bist du nur bei Waffenträgen? M16, großer Rucksack. Helm. Keine halben Sachen. Also ich hab in diesem kleinen Dörfchen, das ist wirklich nur winzig. Aber es hat halt einen Supermarkt und hier so'n, so'n, so'n Dingens. Ich hab ja alles gefunden, was ich brauche. Wo bist du denn? Eine Waffe. Bin bei der 1 Safe Zone. Cast the Pine Settlement. Also ich bin jetzt auf dem Weg zum Whitestone Mountain. Sollen wir vielleicht zu Sleepy Crest runter? Ihr könnt ja mal versuchen, irgendwie hier in den Norden zu kommen. Ne, ich geh jetzt auch in den Norden. Ich wollt grad sagen, ich geh zu Tobi. So, dass wir mal wieder zusammenkommen. Ich geh auch Richtung Süden. Ja. Bis die Straße um Whitestone und Bulldossity. Sag' mich so. Übrigens, der Typ, der dich gekehrt hat, hat noch geschrieben, wie ich gesagt hatte. Er hat nicht gesagt, dass er freundlich ist. Ja, ich weiß. Er hat lediglich gefragt, was du brauchst. Idiot. Idiot, Mann. Egal. Denkst, ne Arschloch ist das ja nicht. Ich sag mal so, in dem Spiel ist es nicht verboten. Und es sagt... Nehm ich... Dann nehm ich meine M16 aus dem Global Inventory mit und was finde ich? Was finde ich? Eine M16. Richtig. Eine M16. Ja, wir müssen uns treffen. Ich will auch eine M16. Ja, du kriegst auch eine M16. Das ist aber herzallerliebst. Oh. Oh. Ich hab noch nichts zum Wehren gefunden, wenn ich ehrlich sein soll. Und ich renne gerade von einem Zombie weg. Außer wie Noculars. Ach und Tobi, darf ich ganz kurz noch etwas zu den Aufnahmen sagen? Mhm. Ähm. Wir können ja... Du teilst hier einmal in krass 15 Minuten, oder? 15 Minuten, 15 Minuten. Ja. Guckst du dir die Enden oder sowas an, besonders? Oder... Ach, weil's immer so abrupt ist. Weil's immer so abrupt zu Ende ist, ne? Ja. Ja. Willst du machen? Sagen... Nimmt nochmal dich auf zur Kopie und sagt Tschüssi Li. Nee, ich... Ich... Da hab ich keine Lust drauf. Also ich hab keine Lust nach jeder immer auf die Uhr zu gucken und 15 Minuten und dann äh... Eine Verabschiedung zu machen und dann wieder neu anzumoderieren. Das ist mir zu stressig, ganz ehrlich. Und ich hab mal einen anderen Spieler gesehen, aber ich hab nicht zum... Aber er hat nichts. Freunde dich doch mit ihm an! Nee, er hat den Hut, den ich liegen lassen habe, mitgenommen. Er hat wirklich nichts, wenn er den Hut schon mitnimmt. Nee, wenn er den Hut schon mitnimmt, hat er wirklich nichts. Dann machen wir uns nochmal Backpack. Ich gehe, was Maul will, habe ich gerade entschieden. Maul will? Oh, da treffen wir bestimmt Superman. Der kann uns hier rausbringen. Oder wenn er nicht rausbringt, dann wenigstens ganz viel Essen suchen. Ich schieße den Jungen ab. Ein Superman? Ich habe Kryptonit-Kugeln. Mit was willst du den Mann aus Stahl... Ah, Kryptonit. Ich habe nämlich echt viel hier weggelootet und jetzt findet er bestimmt nichts mehr. Willst du den nie? Er ist so schnell wie ein Flugzeug. It's a bird, it's a plane. No, it's a bird plane. Oh, ich gehe an Whitecress Mountain vorbei. Nee, nicht deutsche Name, der deutschen Version? Nee, ist schon gut, dass die englischen Namen haben, aber... Whitecress... Ja, nee, Whitestone. Whitestone, ey. Whitestone Mountain. Ich höre ja auch mitten in der Pampa manchmal so Zombie-Geräusche, was mich ein bisschen irritiert. Und schockiert. Ich habe übrigens wieder meine schwarze Maske. Das sage ich euch. Habe ich vorhin gesehen. Achso, du hast schon wieder eine. Ich habe schon wieder eine, ja, ja. Natürlich. Ich habe gar nicht geschaut, ob wir schon neue Avatare haben. Sind neue Frauen schon da? Haben wir nicht. Habe ich heute schon geschaut. Ah. Ja. Neue Püppchen, meinst du? Hör auf, wenn immer wenn ich an Püppchen denke, immer wenn du Püppchen denkst, muss ich an Pinocchio denken. Was weißt du? Für mich sind das aber Püppchen. Paris. Ich habe den... Hier gibt es einen Spieler, der heißt Ryzen Master. Und ich habe Riesen Master gelesen, ey. Ich denke so, what? Ist klar. Okay. Achja. Also so wie die Stork-Riesen? Stork-Riesen? Ja, lecker. Die habe ich echt schon ewig nicht mehr gegessen. Die haben immer die Zähne vertreibt. Macht sie auch nicht. Ja. Guck mal, wenn man nicht zusammen rumläuft, dann fallen einem irgendwelche blöden Themen ein, über die man sich dann über unterhält. Ich kann heute irgendwie nicht richtig reden. Irgendwie ist das heute alles durcheinander bei mir. Hier müsste doch gleich irgendwo die Hütte kommen. In die Hütte. Die Hütte. Oh, da bin ich aber weit weg von der Hütte. Uh, gehe ich noch zu der Hütte? Die müsste da vorne irgendwo sein. Gehe ich da noch hin? Ja, gehe ich hin. Das doofe ist, dass ich hier den ganzen Weg nicht erst mal gelaufen bin. Ja, gehe ich nicht. Ich, nein. Dass ich jetzt mal zurücklaufe. Ella, wo bist du denn jetzt? Ich will das sonst schnellstmöglich treffen. Äh, ich bin gleich, ich bin auf der Straße von eben, ähm, das ist von Whitesam Mountain eben nach Campus City hochführt. Nach Campus? Jaja, dann glaube ich halt parallel hoch. Wo ist denn Campus City? Die andere Hauptstadt. Ah, auf die Straße, so nach Osten. Nee, nach Norden. Also nach, äh, Camp Splinter hoch. Nach Campus City hoch. Dann ist das ein bisschen östlich. Und nicht nach Norden. Bisschen Nordöstlich. Jaja. Immer so. Und nicht, weil ich laufe auf der Straße nach Norden-Norden. Okay. Ich, ich hab keine Ahnung, wo ihr seid. Bei Whitesam. Ich bin jetzt immer da, da du warst.